Die Folgen war dem hier. So. Nein, ich wollte doch gar nicht Na gut, wir sehen, hier ist alles zerstört Ja, das haben wir gerade auch schon von oben gesehen Okay, okay, okay Hier gibt es viel lecker Fleisch Ich setze mich wieder auf meinen Esel Guck mal her Und wir reiten alle Mammutspuren hinterher Da ist er in eine Falle geschlittert Der kann man nicht losbinden, ne? Ich habe ja gerade nichts zu tun Ja, genau Ich habe nichts zu tun Da soll ich nach da hinten Pass mal auf Bevor ich da jetzt hingehe Oder mir irgendwas passiert, ne? Mache ich mal kurz eben hier so Mal kurz eben Das ist Lagerfeuer Ich weiß, ich muss weiter nach da unten Gehe aber erstmal nach da oben Die werden hier die Map ausgedeckt Genau, dafür muss ich hier Warte mal, die Fackel brennt noch Das ist doch nicht ganz gut Wo ist mit dir? So, dann schnapp ich mir das mal eben So, bevor mich der tut So Ist das jetzt meine? Nein, 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 nein Jetzt ist mein Speer weg Ach, nee Steinschnabel-Leuchtfeuer Das ist natürlich nicht so schön Es sind sogar zwei Speer weg Das ist natürlich noch dummer Na gut, das Leuchtfeuer ist unser Das heißt, das Gebiet ist unser Dein Lagerfeuer Ich glaube, das war das einzige Leuchtfeuer In der Gegend Oder was? Wieso ist Das müsste doch jetzt unser Gebiet sein, oder? Oh, oh, wo ist er? Er? Nee, nee Nein, nein Nix, nee, nee Hinten druck Auf den Bug Hinten druck Auf den Bug Und jetzt bitte einmal In Richtung In welche Richtung eigentlich? In Richtung da Mal gucken, wie wir da hinfahren Ach Ich wollte nicht da abspringen Ich wollte faule Hier bin ich irgendwie völlig falsch Leck mich doch Wieso springe ich denn Hä? Ich bin auf die ganze Zeit Abzuspringen Hütschwein häuten Rotschwein Äh, Rotschwein Rothund So, die fliegen nochmal alle direkt hier Achso, das ist einer von uns Was ist das denn? Ich weiß es Oh, was ist es? Oh, was ist es? Ähm Ich muss mal hier irgendwie runter Alter, lege Fallen Ich muss Fallen legen Ich muss mal hier Lalalala So, noch ein paar Fallen hier Ich bin mal weg, äh, ich lege noch eine Falle, aber wie geht die denn? Dürr auf mit dem Scheiß Sperr hier Alter Zuerst Wir heilen Warte, wo ist er hin? Wo ist er hin? Ohana Ähm, ich muss glaube ich mal hier hinten drauf Zum nächsten Jagdgebiet folgen? Wo, wo, wo? Ich finde Hinweise, um das Mammut aufzuspüren Äh Wo ist er denn jetzt hin? Hier So Oh Nö, ich muss weg hier. Da ist ja das flüchtende Mambo. Komm, du Scheißvieh. Wieso haut ihn das schon wieder ab? Kann ja nicht wahr sein. Komm her, komm her. Nein, ach, leck mich doch. Reiten, reiten. Hinterher. Mal eben ein Hirschblatt gemacht. Bewegt durch. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ich muss mal was gucken. Boah. Okay. Hat er ja noch ein Hirschblatt gemacht. Ich muss ja noch ein Hirschblatt machen. Tja. 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 Ähm, ich hab kein Speer mehr. Was, ich hab kein Artholz mehr? Okay, okay. Okay, okay. Okay, und tschüss. Tja, da kannst du gucken, wie du willst. Schluss mit lustig. What the fuck? What the fuck? Oh, zu spät. What the fuck? What the fuck? Let's see. So. So. Kann ich ihn jetzt hier verholen oder hab ich den grad geholtet? Ich glaub ich hab das Tier grad geholtet. Hey! Tja. Da liegt er. Das Blutzahnmammut. So kann's gehen. Ah, gut. Hätten wir die Jagd erfolgreich abgeschlossen. Ich frage mich grad allerdings, warum dieses Gebiet immer noch nicht uns gehört. Wir haben noch zwei Artholz. Ich muss dringend hier irgendwo hin. Und zwar am besten, äh, ich geh mal, wo geh ich denn hin? Geh mal da hin. Äh, wo bin ich? Wo ist mein Sack? Wo ist der Sack? Der Staubiger. Hier. Hartholz. Ich brauch dringend Hartholz. Aber ganz dringend. So. Und das ist voll. Okay. Dann immer, immer, immer das gleiche. So. Hier. Zap, 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 zap. Die hätte ich gerne. Ansonsten ist alles gut. Das waren die Steinsplitter. Tobsutsplitter. Köder. Was haben wir hier noch? Falle. Ja. Gut. Dann geh ich nochmal ins Ballonungslager. Mach mich wieder voll. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Oh, Mann. Da haben wir aber wirklich einiges ausgegeben jetzt gerade. Sehe ich. Tierhäute. Ja, 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 ja. Zum Glück haben wir da ohne Ende. Bin ich ja ganz froh. Oh, oh. Guck mal hier. Rotblatt ist alle. Jetzt wird's aber... Brenzlig. Dann muss ich jetzt aber doch nochmal... Guck mal, wie ich das mach. Okay, wir gehen raus. Also, wenn ich irgendwo Rotblatt sehe, sollte ich das auf jeden Fall aufnehmen. Und ich gehe jetzt hier in Richtung Leuchtfeuer. Ja, mach ich mal. Wenn ich mal irgendwie hier was Rotblatt sehe. Bisher sehe ich nur... Gelb. Ich sehe gerade die Befürchtung... Ja, genau die Befürchtung hatte ich gerade. Scheiße. Aber ich glaube, ich muss in die Richtung, ne? Lagerfeuer entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Lagerfeuer entdeckt. Rotblatt ist, äh... Mangelbar. Irgendwo sehe ich hier auf der Karte nirgends wo Rotblatt, wenn ich hier so lang reite. Alter. Alter. Oh Gott. Die sind nur so Düken. Oh. Ich hätte nicht direkt rein... Ich hätte nicht direkt reinrennen wollen. Ist er jetzt tot? Na klar, wieso auch nicht? Oh Gott. Du? Oh Gott. Mhm. Nun. Überhin brennt es schon mal. Ich hab die Leuchtfeuer angänzten, kann ich da mal ein paar hinschicken? Gegner wurden hier gerufen, ganz toll So, Rotblatt, sehr gut Nee Haa Sehr gut War doch gar nicht so schwer, ich weiß gar nicht, manchmal irgendwie stelle ich mich wirklich dämlich an Ich muss grad sagen, ey, auf einmal ist hell? Nein Fünf, einen hab ich verloren, na gut, einer geht Einer verloren ist okay Zum Ton weggrabbeln Guck ich mal was wir hier noch zu haben Vielleicht finde ich ja... Lass mich doch mal in Ruhe Ich würde gern Fleisch, ja komm Ich würde gern ein bisschen Rotblatt finden Wollte gar nicht reiten Nur Pfeile hab ich auch voll So, wo muss man denn als nächstes hin? Ich versteh nicht, was ich hier falsch gemacht hab Da ist eine Frosthöhle Warum hab ich das da oben jetzt noch nicht? Mama F Mama F Mama F Friedhof Aha Ich bin an dieser Stelle Und wenn ich mal gucke Hier Da ist schon wieder ein Venger Armband Ich nehm mir mal den Außenposten hier vor Als nächstes Und dann würde ich sagen Eine Höhlenmission Ja Kommen wir noch zu, denk ich mal Hoffe ich Den Bären würde ich auch noch gerne machen Da steht auch nur schwer Das heißt, das müsste zu schaffen sein Hier wird's schon kritisch Kritisch Aber irgendwie möchte ich sonst auch gerne irgendwann mal hinter mir lassen Und zwar hier Endloser Sprint Tiere verwunden Von mir aus Okay, wir speichern Und dann reiten wir geschwind durch Nacht und Wind Ich folge mal den Weg hier Ein bisschen schief Aber ich brauche Rotblatt Ich brauche Rotblatt Was ist das schon wieder für ne komische Musik? Ich glaube hier ist auch Zeit wieder abzusteigen Oh nein, das ist wieder eine Höhle Greif doch mal nach dem Greifhahn Geht nicht Vielleicht so Schnell so ich kann nicht alles platt machen wo 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 Okay, ich geh wieder rein. Duschi. Den Typen da oben. Den kriegen wir wohl auch noch. Wird ich noch nicht mehr abschießen wollen. Die Plateau-Höhle. Nicht die Plateau. Plateau-Plateau. Mexiko. Ich höre hier nur... I love you. I love you. Vielen Dank.